Wenn du lachst, wenn du springst, wenn du schreist und wenn du singst, wenn du rennst, wenn du tanzt, wenn du neue Sachen kannst, wenn du dich freust und wenn... Tü, bis wir da gehen, in Urlaub! In Urlaub? Wo fährst du denn hin? Mit Papa, mit Mama und mit Johann. Und wohin? Zu den Möwen. Zu den Möwen? Das wär schön, ne? Gut, dann sagen wir Tschüss, bis später, ne? Bis später. Sag mal Tschüss. Tschüss, bis später. Wink mal! Mein Mama-Herz, es schlägt für dich. Du bist das größte Glück für mich. Der größte Wunsch, der für mich in Erfüllung ging. Erfüllung. Der größte Wunsch, der für mich in Erfüllung gingen.